Er hat meinen Säulen noch nicht erfüllt. Die Tür wäre so woken, da ist er. Aber nichts zum daschen leider. Aber danach habe ich vielleicht sein Schild, wenn ich es überleben sollte. Da wollte er mich gerade anhauen. Wie soll ich das denn schaffen, man? Selbst mit dem legendären Ice Blade. Oh shit. Auf 14 Damage nur, in Anführungszeichen. Okay. Krass. Ich habe gerade mal 500 oder 600 Leben abgezogen. Das wird ein bisschen dauern. Ich hoffe mal nicht, bis die Nacht vorbei ist. Ansonsten habe ich ja noch einen Svaner für ihn. Ich habe nicht mal die Hälfte abgezogen, Mann. Ich habe nicht mal die Hälfte abgezogen, Mann. Ich fand er die ganze Zeit seine kleinen blöden Augen. Ich komme nicht dazu, ihn zu treffen. Das ist gerade zweite Form. Ja, das ist richtig. Es gibt ja 25. Oh shit. Ich habe echt keine Uhr, ne? Shit. Au, Alter, au, 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 au. Ich gehe mal durch. Auge. Ich gehe mal durch. Ich habe doch nichts mehr. Voll. Ich gehe mal durch. Ich gehe mal durch. Ich gehe mal durch. Er ist daer. Bullshit. Nee, 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 nee. Ohhhh, oh mein Gott. Oh, das war knapp. Au, au.